Du bist auf der Suche nach einem neuen ergonomischen Schreibtischstuhl? Dann sind die Modelle von Kluvu mit hoher Wahrscheinlichkeit genau das Richtige für dich. Wir sind zur Zeit absolut von diesem Hersteller und seinen Bürostühlen begeistert, denn er hat es geschafft, eine hohe Qualität und Bequemlichkeit mit Premium-Ergonomie-Funktionen und einem herausragend günstigen Preis zu vereinen. Das zählt sowohl für ihr Einsteigermodell auf dem Markt als auch für die Premium-Modelle. In diesem Video schauen wir uns die drei besten Modelle des Herstellers aus drei unterschiedlichen Preisklassen an, sodass du herausfinden kannst, welches Modell auch aktuell am besten für dich und deine Ansprüche geeignet ist. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dich nach dem Video gerne noch genauer zu den vorgestellten Kluvu Schreibtischstühlen informieren und deinen persönlichen Favoriten dort auch direkt bestellen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem eigentlichen Video und direkt dem besten Modell der Einsteigerklasse. Dies ist ganz klar der Kluvu Smart Seat. Das aktuellste Modell des Herstellers, welches durch den günstigsten Preis natürlich aber auch insgesamt die wenigsten Funktionen überzeugen kann. Verglichen mit anderen Modellen aus der Preisklasse sind die Funktionen des Smart Seats allerdings mehr als zahlreich. Starten wir aber erstmal mit der allgemeinen Belastbarkeit und Verarbeitung. Der Kluvu Smart Seat hält Belastbarkeiten bis 150 kg aus, kommt mit einer 50 cm Breite sowohl bei der Sitz- als auch Rückenfläche und einer 23 cm breiten Kopfstütze. Er hat eine Rückenlehnenverstellung bis 135 Grad und kann durch die Standardfunktionen wie das Auf- und Abbewegen der Sitzfläche oder die 360 Grad Drehbarkeit überzeugen. Er verfügt über eine Kopfstütze, die durch ein zweigelenkiges Design, sehr individuell im Winkel und die eigenen Vorlieben angepasst werden kann und auch in der Höhe verstellbar ist. Diese spezielle Kopfstützenfunktion ist unserer Meinung nach sehr sehr stark, vor allem für ein Modell dieser Preisklasse. Denn durch das zweite Gelenk kann diese sehr sehr genau an die eigene Wunschkopfposition angepasst werden. Des Weiteren hat das Modell eine Lordosenstütze an der Unterseite verbaut, welche in der Höhe einstellbar ist. Auch besonders an generell allen Kluvo Modellen sind die speziellen Parkettschonrollen, die eine gute Langlebigkeit auch von empfindlichem Boden garantieren. Der Kluvo Smart Seat ist ein sehr sehr starker ergonomischer Bürostuhl für vor allem einen besonders günstigen Preis. Er ist höhenverstellbar und rückenschonend und damit für all diejenigen geeignet, die ein super Modell für einen besonders günstigen Preis gesucht haben. Aktuell gibt es hier sogar noch einen 10% Rabattcoupon, den du an der Kasse über den ersten Link in der Videobeschreibung einlösen kannst. Schau da jetzt also unbedingt mal über diesen Link für alles weitere vorbei. Bleib aber ansonsten auch unbedingt noch dran, um die nächsten beiden Modelle kennenzulernen. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir hier derzeit den Kluvo Cleverseat vorstellen. Den aktuellen Topseller von Kluvo und auch unser absoluter Favorit des Herstellers. Warum, das werden wir jetzt besprechen. Neben der sehr starken Belastbarkeit und Traglast von 150 Kilogramm, den Parkettschonrollen und der herausragenden Verarbeitung des Cleverseats, kann das Modell erst einmal durch eine wesentlich breitere Sitzfläche von 53 statt 50 Zentimeter überzeugen. Das klingt vielleicht nicht nach einem großen Unterschied, ist allerdings doch ein enormer Wert. Vor allem auch die Polsterung hat beim Cleverseat noch einmal deutlich zugenommen. Des Weiteren kann der Cleverseat durch noch wesentlich bessere Ergonomiefunktionen und Einstellungen überzeugen. Natürlich kann man sich mit der Rückenlehne zurücklehnen und diese in drei verschiedenen Stufen einstellen. Zudem besitzt das Modell aber auch eine flexibel einstellbare Lendenwirbelstütze, die nicht nur wie beim Smartseat-Modell in der Höhe, sondern auch in der Tiefe eingestellt werden kann. Des Weiteren besitzt das Modell eine 4D-Armlehnen-Einstellung. Es ist extrem entscheidend, dass man bei ergonomischen Bürostühlen auch die Armlehnen exakt an die eigene Körpergröße anpassen kann. Denn genauso wie der Arm ruht, so ruht auch der Rücken und Nacken. Und wenn diese Position nicht optimal ist, dann können schnell Verspannungen im ganzen Körper entstehen. Mit der 4D-Armlehnen-Einstellung kann man die Armlehnen sowohl in der Höhe, Tiefe, Breite und dem Neigungswinkel an die eigene Körpergröße und Sitzposition anpassen. Eine herausragende Funktion, die man sonst so nur von Premium-Modellen aus viel, viel höheren Preisklassen kennt. Des Weiteren hat das Modell auch eine Kopfstützen-Einstellung. Und wenn wir eine negative Sache am Clever Seat finden müssten, dann, dass hier die Kopfstütze nicht über ein zweiteiliges Gelenk, wie das Smartseat oder das Premium-Modell aus diesem Video, besitzt. Dafür kommt es aber mit einem orthopädischen Rückenkissen dazu, hat wie gesagt eine extra bequeme Sitzfläche, die auch verbreitert wurde und kann einfach insgesamt an allen Ecken und Enden überzeugen. Sei es die Qualität, Funktionalität oder das insgesamt herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Kein Wunder, dass dieses Modell der absolute Top-Seller von Kluvo ist. Allein im letzten Monat wurde er auf Amazon über 1000 Mal bestellt und hat von den Kunden eine Durchschnittsbewertung von 4,7 von 5 Sternen erhalten. Wenn auch du dich jetzt noch weiter zum Kluvo Clever Seat informieren willst, dann schau gerne mal über den zweiten Link unten in der Videobeschreibung vorbei. Oder bleib jetzt auch gerne noch dran, denn aus der dritten und letzten Preisklasse von Kluvo möchten wir ihr Premium-Modell vorstellen, den Kluvo Pro Seat. Dieses starke Modell kann durch eine nochmals verbreiterte Sitzfläche von insgesamt 56 cm überzeugen. Diese besitzt auch die mit Abstand beste Polsterung im Vergleich, womit man hier wirklich wie ein König sitzt. Das liegt natürlich auch an den Ergonomie-Funktionen. Der Kluvo Pro Seat ist das einzige Modell in diesem Vergleich, welches über eine zweigeteilte Rückenlehne verfügt. An der Unterseite ein flexibler Lordosenstütze-Teil, welcher sich bei jeder Bewegung an den eigenen Körper anpasst. An der Oberseite besitzt das Modell ein thermoregulierendes Kaschmir-Gewebe, welches im Sommer kühlt und im Winter wärmt. Damit sorgt das Modell immer für eine optimale Luftzirkulation, dank der hohen Atmungsaktivität. Bei der Verstellbarkeit kann das Modell, wie gesagt, durch die Verstellbarkeit der Rückenlehne überzeugen, aber auch die Sitzfläche kann in der Höhe und sogar in der Tiefe eingestellt werden. Durch die Seat-Slider-Funktion bewegt sich der Stuhl immer mit jeder Bewegung mit, sodass für eine extrem gute Körperergonomie gesorgt wird. Auch eine 4D-Armlehnen-Einstellung ist dabei, mit dem auch der Cleverseat Bürostuhl aufwarten konnte. Und der Pro Seat hat jetzt auch wieder die zweigelenkige Kopflehntechnologie dabei, wodurch man das Modell im Winkel, der Höhe und auch in der Tiefe einstellen kann. Insgesamt, ich glaube, man kann es heraushören, besitzt der Clu-Woo Pro Seat die besten Ergonomie-Funktionen in diesem Vergleich, hat zudem die breiteste Sitzfläche mit auch der besten Polsterung und verfügt trotzdem über diese ganzen starken Funktionen, wie auch die Vorgängermodelle, zum Beispiel die 3D-Verstellbarkeit, der Kopfstürze, die Parkettschonrollen oder auch die 4D-Armlehnen-Verstellung. Des Weiteren kann der Pro Seat durch eine ganz spezielle zweigeteilte Rückenlehne überzeugen und ist damit unser absoluter Favorit des Herstellers aus der Premium-Klasse. Mit dem Wort Premium muss man aber etwas aufpassen, denn der Clu-Woo Pro Seat ist zu einem immer noch sehr, sehr günstigen Preis erhältlich, vor allem, wenn man es mit anderen Modellen derselben Leistungsklasse vergleicht. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch zum Clu-Woo Pro Seat informieren und diesen starken ergonomischen Bürostuhl aus der dritten Preisklasse dort direkt bestellen.